Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie es auf meinem Kanal ja fast schon eine kleine Tradition ist, bringe ich zu den Apple-Produkten immer ein Zustandsvideo nach 3, 4 oder auch 5 Monaten heraus. Das ist jetzt hier beim iPhone 5S der Fall. Das Gerät habe ich ja seit dem Releasetag im September. Somit sind jetzt ungefähr 4,5 Monate vergangen. Und wir schauen uns mal an, wie das iPhone jetzt aussieht. Viel Spaß! Das iPhone 5S ist auf jeden Fall deutlich robuster bzw. widerstandsfähiger als sein Vorgänger, das iPhone 5. Dort gab es ja viele Probleme mit Abfärbung oder auch natürlich hier Abschürfungen der Farbe am Rahmen, vor allem beim schwarzen Modell. Das ist beim iPhone 5S überhaupt nicht der Fall. Das wird einer der Gründe sein, warum Apple hier von Grafit auf Space Gray umgestiegen ist. Die Farbe gefällt mir nach wie vor übrigens sehr, sehr gut. Sieht super schick aus und das iPhone sieht nahezu neuwertig aus. Also ich habe insgesamt, glaube ich, drei Schrammen im Rahmen. Zwei davon, weil es mir einmal ohne Hülle vom Sofa runtergefallen ist und ungünstig aufgekommen ist und die andere weiß ich gar nicht, wo ich die weg habe. Aber es sind im Grunde nur so drei kleinere Schrammen. Ansonsten, das Display hat nicht einen einzigen Kratzer, obwohl ich keine Schutzfolie benutze und auch die Rückseite, weder das Aluminium noch die beiden Glasstreifen haben irgendeine Beschädigung, nicht mal ein kleiner Kratzer und da bin ich wirklich absolut zufrieden damit. Abfärbung oder sowas habe ich hier wirklich überhaupt nicht, nur eben hier diese kleinen Schrammen, die ihr ja hier gerade auch auf den Bildern seht und ich denke, nach einer Zeit von viereinhalb Monaten ist das mehr als akzeptabel, wenn man bedenkt, dass ich nie eine Hülle benutze. Also wirklich in den aller, aller seltensten Fällen, wenn ich zum Beispiel mal irgendwie feiern gehe oder so, mache ich eine Hülle drum, weil es mir dann doch ein bisschen sicherer ist. Aber sonst im normalen Alltag habe ich nie eine Hülle drum. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie euer iPhone 5S nach der jeweiligen Zeit, die ihr das Gerät jetzt schon habt, aussieht. Hat es Schrammen, hat es Kratzer, vielleicht sogar auf dem Display oder so? Einfach mal unten in die Kommentare schreiben, das würde mich sehr freuen und falls ihr vorher ein iPhone 5 hattet, dann könnt ihr das Ganze ja auch mal in Verbindung damit setzen und das Ganze so ein bisschen vergleichen und ich bin gespannt, ob ihr auch dasselbe Fazit habt wie ich. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr so etwas auch für das iPad Mini Retina haben wollt, dann schreibt es ebenfalls in die Kommentare und ansonsten würde ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben und über jedes Abo freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut Leute, ciao!